Ja, also wir befinden uns hier am Stand von Henrich Schein und ein großes Motto der diesjährigen IDS ist ja die Digitalisierung in der dentalen Welt und genau diesem Thema bieten wir uns hier an einem Themenschwerpunkt auf unserem Stand unter unserer Marke Connect Dental. Offene digitale Lösung für Zahnarsparks und Laboren. Da wir die Nummer 1 in der Welt werden wollen in der Digitalisierung, widmen wir uns natürlich mit unseren Dienstleistungen und Produkten genau diesem Thema. Wir verstehen uns dabei als Komplett- und Systemanbieter und schaffen natürlich digitale Lösungen, können Systeme verbinden, verknüpfen, haben ein großes Spezialistenteam und bringen genau mit diesem Know-how unsere Kunden Systeme in die Praxis oder ins Labor. Wir zeigen hier den kompletten digitalen Workflow von Zahnarsparks Business Labor, angefangen von intraoralen Scandaten des Patienten über eine z.B. Implantatplanung der Konstruktion der Restaurationsdaten bis hin zur Fertigung von Rohrschablonen, Restaurationen im kompletten digitalen Prozess. Die Besonderheiten und Vorteile sehe ich in der Konzeptberatung. Das heißt, ein Kunde, der sich hier auf die IDS über Systeme informieren will, wird sicherlich fast erschlagen von der Vielfalt und er braucht jemanden, der ihm aus diesen Einzellösungen ein Konzept baut. Wir verstehen das so, dass wir beim Kunden, der Interesse hat, in die Digitalisierung einzusteigen, eine Bestandsaufnahme durchführen. Was ist schon vorhanden? Was sind die Ziele? Was kann miteinander verknüpft werden? Und legen dabei vor allen Dingen viel Wert auf offene und verknüpfbare Systeme. Schon der erste Tag gestern hat einen großen Besuchersturm im Prinzip zu uns geführt. Und das Feedback genau auf diese Konzeption ist eigentlich immer das. Das ist genau das, was wir gesucht haben. Man sagt immer gern, ich sehe den Waldfall oder Bäume nicht. Und dafür stehen wir uns als Spezialist, um die Konzepte erfolgreich einführen zu können. Es ist spannend, in diesem Bereich mitwirken zu können. Und wir erhoffen uns natürlich, die Anwenderzahl, die begeistert mit diesen digitalisierten Systemen arbeiten, natürlich noch zu erhöhen.